Es ist ein vrai plus für die Städte, für die Lehrkräfte und für die Schülerinnen und für die Schülerinnen. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Das Azubi Backpro ist ein Programm für Auszubildende, bei dem man verschiedene Projekte macht mit Schulen aus Straßburg zum Beispiel. Was ist die Auszubildende? Ich bin in der Platz der Einwohner, der er hat, dass er eine weitere Auszubildende hat, bei der gleichen Auszubildende, ohne Auszubildende. Und er will er verstehen, dass es ein plus und die Anwohner erhält, von diesem Investitionen. Und er will er auch, dass er Dinge, die andere nicht mehr leben. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, diese beiden Sachen, die wachsen einen einfach total. Einmal in Hinsicht auf der Sprache, aber auch in Hinsicht auf dich selbst als Person. Das ändert unsere Pratiken auch. Und dann découvre man die Pratiken von unseren deutschen Partnern. Und das ist wirklich sehr interessant. Wenn jetzt jemand neu starten möchte im Bereich Azubi Backbro, dann sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass der berufsfachliche Bereich übereinstimmt. Und wir machen es eigentlich immer so, dass wir im Vorjahr schon einen Jahresplan erstellen. Also so, dass wir alle gemeinsam Begegnungen terminieren und auch unsere pädagogischen Treffen festhalten, wann wir die machen wollen und auch schon wieder die Schlussbilanz terminieren. Es ist für die Schüler besonders, weil es für die Schüler ein Blick über den Tellerrand hinaus ist. Es ist eine ganz andere Erfahrung für sie, ein Praktikum in einem französischen Betrieb zu machen, als es ist, wenn sie das Praktikum hier bei uns in Deutschland machen. Außerdem gibt es ja auch eine zusätzliche Qualifikation, nämlich das Azubi Backpro Zertifikat, das bei einer Bewerbung immer auch noch ein Plus sein kann. Wir haben die Sprach-Liebende-Gestes-Technik-Françai und die Sprach-Liebende-Gestes-Technik-Françai, also haben wir auch die Sprach-Liebende-Gestes-Technik-Françai, aber wir wollen auch noch mehr ganz auf die Sprach-Liebende-Gestes-Technik-Françai und die Sprach-Liebende-Gestes-Technik-Françai. Es gibt die Kinder, die nach dem Ausgleichen haben, die, die diese Sprach-Liebende-Gestes-Technikmüsen, sind viel weniger öfters für alle, welche in Deutschland, oder sogar sogar in Ausgleichen, in diesem Bereich professionell, wie in der Hothäl-Restauration. Bis zum nächsten Mal.